Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SlimeRanger2. Wir haben das letzte Mal aufgehört und haben in der letzten Folge den Fluttergordon zum Platzen gebracht. Und es war etwas unspektakulär, muss ich zugeben. Ich habe tatsächlich sogar gedacht, dass das das Ende sein könnte. Und hey, Huhn, hau nicht ab, hau nicht ab schon wieder. Aber ist eigentlich besser so, dass es nicht das Ende war. Denn ich habe ein bisschen nachgeguckt und es sollte noch ein bisschen was an Slime-Variationen geben. Zumindest eine einzige Slime-Sorte, die es noch geben sollte oder so, die neue. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob da noch neue dazukommen oder so. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wo man die findet. Aber wir werden uns, wenn wir jetzt erstmal alles an Plort eingesammelt haben, werden wir uns mal auf einen kleinen Trip begeben und uns einfach mal umschauen. Weil es wird ja noch sicherlich irgendwas geben, wo wir lang können. Weil sonst wäre das ja ein bisschen nutzlos, ne? So, der Salat ist nachgewachsen. Auch selten zu sehen in dem Spiel. Der wächst echt immer ziemlich langsam. Aber gut, ist halt auch Salat, ne? Blub, 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 blub. Oh Gott. Davon ist ja gefühlt nichts reingeflogen. Warte mal, ich bin doch dumm. Ich kann die doch hier hinten rein machen. Jetzt ist das doch viel besser. So. Wollte gerade sagen, haben die den wieder rausgekickt? Demonstrieren die jetzt ernsthaft, weil die keinen Salat wollen? Ist es langsam soweit? Was wir mit dem Nektar übrigens anfangen jetzt, den wir noch haben, weiß ich gar nicht, weil an sich, ne? Könnte man den jetzt ja verfüttern, aber ich weiß es nicht. Der ist halt auch, wir haben dafür halt auch ein bisschen was gesammelt, so. Und das ist so mein Problem. Aber wir finden dafür schon Nutzen. Sonst werde ich ihn halt wirklich einfach verfüttern. Weil warum nicht? So. Keine neuen Renten in der Maschine. Das hört sich so dumm an. Aber ja, es sind ja, es ist ja nun mal so. Übrigens haben wir 13.000, was insane viel Money ist. Und ich glaube, ich werde das dem jetzt einfach mal ausgeben für den neuen Bereich da hinten. Weil das dürfte der letzte Bereich sein, den man sich kaufen kann. Oder? Ich denke, ne? Sieht so auf jeden Fall so aus. Naja. Je nachdem, auf jeden Fall hole ich mir den gleich und dann gucken wir uns den einfach mal an. Und dann würde ich mich auf eine kleine Spritztour, äh, auf eine kleine Spritztour gehen und einfach mal gucken, ob ich irgendwas finde, sonst... Ja, sonst haben wir heute nur eine Farming-Folge und dann gucke ich mal. So. Alter, sind hier viele Quaterbären. Von einem Baum? Damn. Mensch, Essen würde echt so schnell wachsen. Dann hätten wir vielleicht keine Hungersnot oder so. So. Rein damit. Ich hole mal die restlichen auch direkt. Wenn ich das hier vergammeln, dann könnt ihr die auch essen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Inventarplatz, fällt mir auf. Das wäre gar nicht so schlecht. Man hätte jetzt... Ich hab auch erst gedacht, ob das Spiel einfach, sag ich mal, nicht vorbei ist, sondern einfach jetzt noch nicht weiter gepublished wurde. Weil, wie gesagt, uns fehlt halt noch ein Slime-Art auf jeden Fall. Eine müsste uns auf jeden Fall noch fehlen. Und mein Gott, ist hier viel drin. Oh, wir können ja gar nichts mehr mitnehmen. Shit. Verkaufen wir das erstmal. Wir werden ja unnummern reich gerade. Ich wünsche, das könnte ich in echt behaupten. Ich muss eine Slime-Farm aufmachen in echt. Ich meine, ich hab eine gute Marketing-Idee, okay? Und die klaut mir jetzt hoffentlich keiner. Und zwar, man muss einfach... Ich mach irgendwann einfach einen Tierpark auf. Mit Gehegen. Wo nichts drin ist. Und verkaufe das als unsichtbare Tiere. Und dann sind die Kinder so... Oh, guck mal, Mama, das ist die Giraffe. Nö, da ist doch gar nichts. Und Kinder haben Fantasie. Und die sehen dann da irgendwie eine Giraffe drin oder so. Das ist meine Marketing-Idee. Damit sollte ich zu, weiß ich, zu Höhle der Löwen oder so. Wo auch immer man das hinbringt. Damit werde ich reich. Sicherlich. Aber hoffentlich glaubt mir das keiner. Das ist meine Marketing-Idee. So. Ich mach demnächst einfach ein... Ich mach demnächst einfach ein GoFundMe auf oder so. Mit dem Thema. Ich meine, es wäre wenigstens... Um fair zu sein, ein Zoo, der nicht Tier quält. Also, der keine Tiere quält. Was ja ganz nice wäre. Weil keine involviert sind. So. Man könnte also auch einen Zirkus ohne Tiere machen. Also, das gibt's ja schon. Aber ich meine jetzt so mit unsichtbaren Tieren. Und deren Kraft ist es einfach nur unsichtbar zu sein. Wow. Also, alle Investor da draußen. Ihr wisst, wo ihr investieren sollt. In mich. So. Verkaufen wir das? Alter, wir haben so viel Geld gerade noch. Ich meine, gut. Ist im Vergleich zum ersten Teil am Ende so gar nichts. Aber das haben wir an einem Tag gemacht. Ja, sogar mehr. Ich glaube, wir haben am Ende vom Let's Play, vom ersten Teil, haben wir bestimmt... 20, 30.000 am Tag gemacht. Meine ich. Aber ich bin mir unsicher. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir auch nur 6.000 gemacht oder so. Aber sonst wären wir halt echt schlecht auf die... auf die 100.000 und 200.000 gekommen. Ich glaube, dafür haben wir 10 Tage gebraucht für die 200.000. So, die Jungs geben noch ein bisschen was ab. Von ihrem Plot. Ich nehme ihn mir... Ich hole ihn mir... Ich stehe ihn mir. So. Ich stehe den Qual voll. Nein. Ihr seid korrekt, Jungs. So. Können wir jetzt mal alles hier haben langsam. Ich will auf Erkundungstuhl, okay? Kein Plot sammeln mehr jetzt. Ich gebe den jetzt ab und dann war es das. Frage ist... Oh, ich habe... Warte mal. Könnte das sein? Soll ich da mal zur Nacht hingehen jetzt? Oder in die Höhle? Hm. Oh, ich muss noch verkaufen. Frage ist, warte ich jetzt bis morgen oder gehe ich in der Nacht halt? Ich weiß es nicht. Also, ich habe eine Vermutung, wo was sein könnte. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass es dort ist. Also, erstmal würde ich mir den neuen Bereich hier kaufen. Wer weiß, vielleicht ist da auch irgendwas, das uns wohin führt. Oh, hier ist Tiefensohle, ne? Da hätte ich das mal gewusst, ne? War genau hier. Ey, das gibt es ja nicht. Wir hätten schon voll früh Wasser haben können. Also, den Wassertang hätten wir schon voll früh haben können. So, kaufen wir uns den? Das ist ja nichts. Ich habe jetzt gelesen, dass das 18.000 kostet, aber es sind 1.800. Puh. Da ist ja nicht sehr viel. So, ich höre auf jeden Fall hier irgendwo so eine Drohne. Der Bereich ist voll schön. Und hier ist extrem viel Platz. Oder zumindest wirkt es so. Hier laufen noch Hühner rum und so. Ach, das ist dann wieder wie... Im ersten Teil gab es auch einen Bereich, wo Hühner gespawnt sind. Das ist nice. Das gefällt mir. Sogar so ein Gras. So ein Heugras. Manchmal brachte ich kein Mittagessen hierher mit und starte die kolossalen Fossilien an. Ich fragte mich, wie die Welt wohl aussehe, wenn sie lebendig wäre. Jetzt ist es eine Welt des Slimes. Aber wer weiß, was es davor war. Und ich dachte mir, wenn das Universum Raum dafür bietet, wie eine ganze Welt unter ihr Ökosystem komplett den Kurs wechseln, vielleicht sollten wir das bei uns auch akzeptieren. Herrje, das Gerede über die Vergangenheit hat wirklich einen Nachhall. Ich frage mich, welche tiefsinnige Gedanken ich damals wohl mitzuteilen hatte. Mein Gott. Gedanken über Gedanken. Sieht so hoch aus hier. Haben wir hier vielleicht irgendwie einen Blick auf etwas, wo wir hin könnten? Also da ist irgendeine Insel. Da möchte ich aber nicht versuchen, raufzufliegen. Da oben vielleicht rauf mal? Na, das schaffen wir nicht, oder? Ne. Gut. Naja, ich glaub, hier ist nichts anderes außer halt dieses Gebiet. Obwohl, warte mal, was ist das hier unten? Ah, hier ist noch ein Gebiet. Ja, das holen wir uns auch noch direkt. Ja, 3500V machen wir. Zwei Gebiete in einer Folge, seht ihr. Okay, und das ist halt noch eine Küste anscheinend. Ja, sieht schön aus hier. Und jetzt noch eine Drohne. Da oben drauf. Ich will nicht lesen. Wie komme ich denn am besten rauf? Hier, ne? Ne. Hä? Ah, ne, von hier kommen wir. Ups. Gut. Orientierungssinn sagt an der Stelle auch mal ab. Kommen wir da hoch? Ne, ne? Wie kommen wir denn da hoch? Unser Jetpack ist nicht stark genug, kann das sein? Oh, hier hätte man die Wasserslimes so richtig cool reinmachen können. Vielleicht platziere ich die um. Wow. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall bisher das schönste Gebiet hier. Zum Slimes haben. Aber man läuft halt auch extrem lange hin, ne? Das ist ja auch noch eine Sache. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass wir das gar nicht nutzen werden. Vor allem, weil es gar nicht so viele Slime-Arten gibt, habe ich das Gefühl. Und hier ist auch wieder Tiefensohle. Sehr schön. Boah, doch in der Nacht sieht das auch cool aus hier. Gefällt mir. Ist ja der kurze Bereich. Ah, schreibt ja gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsbereich ist. Also, das hier ist definitiv meiner bisher. Also vor allem der untere Teil. So. Machen wir das mal in die Raffinerie. Gucken wir mal, was wir noch so bauen können. Okay, also. Energiemodul wäre nicht schlecht. Was brauchen wir dafür? Oh, ich habe keine Ahnung, wo wir... Und was ist Fleder... Flederplot? Ah, okay. Ja, das ist ein Spoiler. Ich weiß nicht, ob ich den schon sagen soll. Ich meine, der Name sagt es eigentlich schon, oder? Also, ich wollte nämlich auch heute suchen. Und zwar gibt es Fledermäuse. Slimes und... Ah, ich will welche haben. Die sehen cool aus. Aber ich habe die Befürchtung, dass... Ich nicht weiß, wo die sind, halt. Aber pass auf, wir gehen jetzt auf die Insel. Und ich habe nämlich eine Idee. Ich habe nämlich eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob es das ist. Ich glaube nicht. Wow. Hä? Was ist denn das da hinten? Sah das schon immer so aus? Ja gut. Soll ich hier rüberfliegen? Schaffen wir das? Ja, oder? Das sieht... Das sieht... Das hat doch nicht schon immer so aus, oder? Fahrstuhl? Fahrstuhl. Danke. Können wir da hinfliegen, oder so? Ja, hatten wir das schon, ne? Nein, was? Wie bitte? Ähm... Wie konnte ich darauf noch nicht kommen? Okay. Na gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, ne? Aber hey. Neuer Bereich. Und ich bin zu dumm gewesen, das in den ganzen Folgen zu checken. Glimm... Glimmendes Tal. Sieht bisher noch nicht allzu spektakulär aus, muss ich sagen. Sehr, sehr grau für den... Für den... Für das Spiel, so ist es ziemlich grau. War zu einem gewissen, ähm... Na, wie sagt man? So eine gewisse Sättigung. Ah, es sieht so... Na ja, hochgesättigt aus. Oh, es ist... Ah, das ist genau das Gleiche, was es hier gibt. Okay. Das ist auf jeden Fall strahlendes Erd. So. Das befindet sich hier oben. Ich hoffe, hier gibt's jetzt die Fledermäuse. Komm schon. Ist auf jeden Fall so ne Drohne wieder. Ich weiß, ich habe eine Mission zu erfüllen. Aber das ändert nichts an den, äh... Gesirien hier. Sie machen immer noch irre Spaß. Ich denke, ein paar Minuten planschen wie in den alten Tagen kann ich mir schon erlauben. Why not, ne? Planschen macht Spaß. So. Ah, gehen wir mal da rüber. Mein Gott, ey. Dass ich darauf nicht gekommen bin, dieses Scheißteil mal zu berühren. Ich habe gedacht, wir haben das schon irgendwie gehabt oder so. Dass es halt so ein Teil hier ist. Aber nein. Oh Gott. Schau euch das an. Schau euch das an. Das ist impressive. Also das finde ich cool. Auch wenn das Gebiet jetzt bisher noch nicht interessant aussieht, weil es halt... Zum Gegenteil, zum anderen halt nicht bunt ist. Was es natürlich wieder besonders macht, weil ja der Hauptteil bunt ist, aber... Das ist halt irgendwie auch nicht... Bis auf die ganzen Lichter hier. Das ist ja noch nicht allzu schön. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Ah, vielleicht ändert sich das jetzt ja noch. Okay, das hier sieht schon cool aus. Oh. Hier sind die, äh... Die guten alten verzwickten Zwiebeln. Oh. Fledermuss Slimes. Da haben wir sie. Oh mein Gott. Schau dich... Schau dich die Jungs an. Wenn die nicht cool sind, okay. Wenn die nicht cool sind. Süß. Kommst direkt mit. Flederslime. Ein düsterer Wanderer der Nacht. Ewig hungrig. Nach Früchten. Ja, sind die nach Früchten hungrig? Na gut. Nehme ich mir... Nehme ich mir den doch mal mit. Schrupp. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ich liebe die Farbgebung von... Hey, ihr seid auch andere. Ihr seid die... Nicht Felsslimes, sondern ihr seid... Kristallslimes. Die nehmen wir uns auch mit. Die können wir paaren. Die sehen bestimmt cool ausgepaart. Hey. Achso. Hä? Au. Ja, also das... Das feiere ich auf jeden Fall. Okay, Fledermaus Slimes. Schaut euch mal die Farbgebung in unserem Inventar gerade ab. Ich liebe diese Farbgebung. Das Besseres kann sie eigentlich nicht machen. Das ist echt... Das ist sexy. Oh, hier sollte ich nicht runter. Hey, die sehen ja mal mega cute aus. Oh. Fast runtergefallen. Also ich finde die sehen mega cute aus. Vor allem passt das jetzt so voll zu dieser Halloween-Stimmung in diesem Monat. Und ich liebe Halloween. Na komm. Hopp. Kommt hoch. So. Können wir direkt den nächsten Bereich schon mal freidecken. Die nehmen wir uns direkt mit. Was sind das? Was sind das? Warte mal. Granitapfel? What? Okay, das ist cool. Reich an Mineralien. Ja, das glaube ich. Man ist ja auch schließlich Granit, ne? Damit haben wir den Teil hier auch aufgedeckt. Jetzt glaube ich nur noch den Teil und ich glaube, dann haben wir ja alles aufgedeckt bisher. Okay, dann ist schon mal ein Gordo. Der sieht übrigens verdammt cute aus. Ist voll süß aus, wie er da lächelt. Können bitte noch ein paar mehr von denen hier spawnen, von den Kristallslimes. Wurde vier reichen eigentlich, ne? Da drüben ist noch eine große Gordo-Katze auf jeden Fall. Und ich sag noch, in der letzten Folge, könnte das Ende sein. Schau euch das mal an. In einer Folge schon so viel mehr entdeckt. Hallo. Als ich die Ranch verließ, als ich meine Heimat verließ, dachte ich irgendwie, ich würde mich beweisen, dass ich meinen Eltern zeigen würde, dass meine Wahl die richtige war und sie mir vergeben würden, dass ich ihre Erbe nicht fortführen konnte. Aber es ist nicht so gekommen. Und bevor ich meine Reise begann, hörte ich, dass sie die Ranch verkaufen hatten und ich konnte ihnen einfach nicht gegenüber treten. Also ging ich wieder, ohne sie zu sehen. Ich bereute das jeden Tag. Ich wünschte, ich hätte mich verabschieden können. Oh, das ist sad. Tja. Äh. Komm hier runter? Gut. Was ist das? Kannst du das nicht mitnehmen, ne? Mein Inventar ist wohl. Ich glaube, ich kann die verzwickte Zwiebel wegwerfen. Uröl. Ey. Kriegen wir heute jede Antwort auf meine Fragen? Das ist ja insane. Das ist ja alles gefunden, was wir brauchten jetzt. Ab nach Hause damit. Äh. Danke. Wusste ich gerade sagen. Jetzt macht es voll Spaß hier drauf umzuführen. Wenn die ein bisschen besser funktionieren würden, wäre es noch ein geiler so. Hopp. So. Hier ist ein Vulkan. Der sieht voll cool aus. Der sieht so richtig gezeichnet aus. Ich glaube, die haben manche Texturen wahrscheinlich auch gezeichnet hier. So. Gut. Bevor ich mir hier aber mehr angucke, würde ich erstmal wieder nach Hause gehen und den Jungs schon mal ein Gehege geben. Aber das ist auf jeden Fall ein Sane. Also heute. In dieser Folge ist ziemlich viel passiert bisher. Und das sollte bisher Early Access mäßig der letzte neue Slime sein. Also. Glaube ich. Oder? Könnte sein, dass es noch welche gibt. Aber ich will mich halt auch nicht spoilern lassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt hier doch noch was. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will mich überraschen lassen. So. Einmal nach Hause. Ist leider so ein ultra langer Weg. Ich meine. Wie gesagt. Ich habe schon mal öfters gesagt, dass ich es nice finde, wenn man ein bisschen lange latschen muss. Aber das macht immer nur Spaß im Hingehen und nicht zurück. Hopp. Auf jeden Fall doch. Also ich finde die Insel doch ganz cool. Vor allem, weil hier immerzu so ein Wolkenkreis drüber schwebt. Hat halt so ein bisschen andere Stimmung als die anderen. Wieder so ein bisschen Slime Rancher 1 Stimmung. Was nicht schlecht ist an sich. So. Eine Sache ist, die ich mich nur frage. Ob das hier alles, was jetzt ja noch nicht wirklich verfügbar ist, hier oben und so. Ob das alles auch noch eine Sache wird. Ob die Map noch viel größer wird. Ich weiß es nicht. Also ich würde es cool finden. So. Warum leuchtet der so überkrass? Komisch. So. Einmal hier rüber. Perfekt ausgereicht, die Energie. Imagine ich wäre ins Wasser gefallen. Nochmal sterbe ich nicht in diesem Let's Play, okay? Nicht noch einmal. Das wäre nämlich blöd. Sehr blöd. Na ja. Na gut Leute, ich würde dann auf jeden Fall sagen, das war es erstmal mit der Folge. Wir haben heute wirklich viel erlebt, muss ich sagen. Viele neue Sachen entdeckt und viele, viele Antworten auf unsere Fragen bekommen. Um zu sehen, wie die ihr neues Gehäuse bekommen, die Fleder Slimes und was wir noch alles so auf der neuen Insel finden. Seht euch die nächste Folge an. Habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Ciao.